Die Rache Vor langer Zeit gab es im großen Walde einen Lackbaum. Viele hundert Jahre war er alt, und sein Laubdach war so gewaltig breit und dicht, dass er weiten, kühlen Schatten unter sich anbreitete. Seine Krone war die Wohnung der großen und kleinen Vögel. In seinem Stamm hauste ein Baumgeist, und zwischen seinen Wurzeln lebte ein Bär. Eines Tages wehte solch ein Sturm, dass ein großer Ast sich aus dem Laubdach löste und krachend auf den Bären niederfiel, der auf seinem Lager unter dem Baume schlief. Der Bär erschrak so sehr, dass er aufsprang und fortrannte. Erst als er müde war, hielt er an. Er ruhte sich aus, bis er wieder zu Kräften kam. In seinem Herzen dachte er, wer hat es gewagt, mir solch eine Schrecken einzujagen? Ich muss zurückgehen, um es herauszubekommen. So dachte der Bär und schlich sich zu seinem Lager zurück. Da sah er, dass ein Ast dort lag, und er sagte sich, Den muss der Schutzgeist, der jenen Baum pflegt, auf mich herabgeworfen haben, um mich zu beleidigen. Sein Sinn brütete Rache. Er wollte die Wohnung des Geistes zerstören. In Gedanken versunken ging er im Walde hin und her. Da kam ein Ochsenkarren vorbei, auf dem zwei Männer saßen. Der Bär ging gerade auf dem Wagen zu. Als die beiden Männer den Bären kommen sahen, fürchteten sie sich, denn sie mussten annehmen, der Bär komme, um ihnen Böses anzutun. Denn Bären sind gefährliche Tiere. Als der Bär ihre Furcht bemerkte, machte er ihnen ein Zeichen, dass sie sehen konnten, er komme im Guten. Dann sprach er, was wollt ihr hier im Walde? Die Männer antworteten, wir wollen Holz schlagen, um daraus einen Ochsenkarren zu zimmern. Der Bär hörte es und erkannte die günstige Gelegenheit, an den Baumgeist Rache zu nehmen. Er sagte, oh, ihr wünscht euch Holz zu einem Ochsenkarren? Dann kann ich euch Lackholz empfehlen, das von allen Wagenbauern bevorzugt wird, denn es ist hart und zäh. Okay, wenn ihr solch ein Holz haben wollt, braucht ihr es nur zu sagen. Ich kenne nämlich einen Lackbaum, dessen Holz sehr gut für eure Zwecke geeignet ist. So sprach der Bär und wies in Richtung, wo der Baum zu finden wäre. Die Männer waren voll Dankbarkeit, dass der Bär ihnen einen so guten Rat gegeben hatte, denn nichts wünschten sie sich sehnlicher als einen Wagen aus Lackholz. Sie ließen die Ochsen halten und machten ihre Geräte fertig, um den Lackbaum zu fällen. Das Gespräch des Bären mit den Männern hatte der Baumgeist jedoch mit angehört. Jedes einzelne Wort des Bären unter den beiden Menschen hat er vernommen. Darum sann er darauf, den Bären für seine Bosheit zu bestrafen. Er verwandelt sich in einen uralten Kreis und verließ seine Wohnung, um sich vor den Männern zu zeigen. Er fragte, warum steht euer Sinn nach Lackholz? Die beiden antworteten, wir brauchen es, denn wir wollen uns einen Ochsenkarren daraus machen. Ein Bär hat uns gesagt, dass hier in der Nähe ein geeigneter Baum darauf wartet, gefällt zu werden. Der Schutzgeist des Baumes hörte es und sagte, wenn ihr wollt, dass euer Ochsenkarren besonderen Wert erhält, so nehmt ein Bärenfell und beschlagt damit den Wagenraum. Dann wird der Wagen gut sein. Die Leute werden sich darum reißen, ihr werdet viel Geld für den Wagen bekommen, wenn ihr ihn verkauft. Die beiden Männer antworteten, woher bekommen wir aber das Bärenfell? Der Bär, der euch den Lackbau gezeigt hat, hat ein ganz besonderes Fell. Als die beiden das hörten, freuten sie sich sehr. Sie dachten, heute haben wir Glück, mit einem Schuss haben wir zwei Vögel erlegt. Der Baumgeist machte sich fort und die Männer folgten dem Bären. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, bitte führe uns zu dem Lackbaum, denn wir können ihn nicht finden. Der Bär fand sich dazu bereit, denn er dachte nur an seine Rache und freute sich darauf, den Lackbaum fallen zu sehen. Er wollte sie führen, doch als er sich in Bewegung setzte und vorausgehend ihn den Rücken kehrte, erschlugen die beiden den Bären von hinten mit ihren Äxten. Er war sofort tot. Dann fällten sie den Lackbaum und aus dem Holz und dem Bärenfell machten sie einen Ochsenkarren, wie es ihnen schöner noch nicht gegeben hatte. Sie zogen mit dem neuen Wagen nach Hause und verkauften ihn so günstig, dass sie von dem Erlös ein sorgfreies Leben führen konnten. Der Baumgeist musste sich eine neue Wohnung suchen, weil sein altes Heim zerstört war. Rache hält Rache nicht auf. 3 8 9 8 7 10 12 15